moin moin leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge gtm da sieht man gerade ganz schön kugelhage im hintergrund ja wird zeit mal wieder für eine neue wöchentliche folge gtm wir fangen jede folge damit an klo was einzulösen wir müssten eigentlich packen wir haben und wir kriegen jetzt mal 2000 bewundert so 25 tokens treibt war mal fällt mir gerade ein mal ganz einfach noch nicht warte daily rewards als premium kann man jetzt 2000 tokens kriegen aber monatlich immer okay kann man ja noch rot damit ich mach mal darum kümmern wir uns jetzt einfach mal nicht wir lösen noch mal ein ein ja noch mal 25 tokens johls wie viel tokens haben jetzt tokens 64 tokens ja gg können wir glaube ich mal so 50er machen ach ja das machen wir auch einfach mal schnell so dupido dupi 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 ja ich habe mal wieder hätte mich jetzt freut mich sehr viel spaß gemacht tatsächlich gut immer mal wieder unseren buch stand machen wir mal einen High-Roller und wir kriegen, wir sind gespannt, Cherry, jetzt nichts kriegen, lass ich raus. 5000, immerhin. Das ist halt ein High-Roller, da gibt es halt ein bisschen mehr Saft. Gut, Saft, nee, Geld vorher. So, machen wir mal so, LSD, Cherry und MDMA auf 500. Sehr schön. Und noch einmal. 7. Die bringt ja viel in der Regel. LSD und ein Dildo. Oh, gar nichts. Okay. Gut, dass das nicht bei der 50 war. So, wir haben ja ein bisschen Geld. Was haben wir eigentlich noch? Ein Backpack, auch noch jede Menge Stüssel. Boah, Alter, wir haben ja auch übelst viel, ich würde mal sagen. 49 Bürger, die kann man behalten. Aber das alles können wir hier mal verkaufen, bis auf die Gusenberg-Sweeper, weil das ist irgendwie meine neue Lieblingswaffe. Oh, wir haben noch eine Gusenberg-Sweeper. Ich glaube, da nehme ich die, wo 50 drin sind, weil... Machen wir so. Zack, 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 zack. Sold-SMG. Okay. So, das sind nochmal 7000. Wir können ja mal gucken, dass wir das anziehen hier und das verkaufen. Gibt auch noch ein bisschen was. So, von 552 haben wir eine neue Gusenberg-Sweeper. und wir besorgen uns mal wieder mit dem Kopf neu hier ein bisschen Bullshit haben wir da nochmal so nochmal auf wir haben nochmal ein Wild Shield ok so Assault Shotgun kann man glaube ich ein bisschen Damage mitmachen Stun Gun braucht man die nicht Granaten will ich nicht haben Tiergastik, Bomb alles keine Sau das will ich alles lieber zu Geld machen ein Cophead 50 ok kann man ja nicht verkaufen so dann würde ich sagen mache ich mal eben achso ich kann ja im Jobmod keine Kids holen da war ja was warte mal dann mache ich nochmal ganz kurz 102.000 haben wir jetzt also viel fehlt nicht mehr dann können wir wahrscheinlich unsere Wohnung schon kaufen 150.000 machen das doch so erstmal Assault Shotgun die gibt ja viel so wir können jetzt mal umgucken ähm so aber warte im Copmod konnte man ja nicht äh hier na random Leute Kinder war ja was ich könnte ja mal ganz kurz gucken GPS ähm want criminal ich muss mal auf lassen sie ihn doch jetzt einfach mal verfolgen oh lol da ist einer da ist einer da ist einer ok ok warte 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 dort denke ich weiß ich nicht hoffe ich sehr schön ein Kill haben wir gemacht also ich bin noch im Combat Modus warte mal wen habe ich eigentlich gerade getötet wen habe ich eigentlich gerade getötet das weiß ich gar nicht ich weiß nur dass ich äh was soll ich mal eben rein mache wer war denn das gerade ähm er you killed am Moritz FH hat er hat uns angegriffen dann greifen wir ihn an ähm so zeig uns mal wieder den weg da hin oder hä jetzt wird er da wieder hä wo ist der denn hä irgendwie spinnt dieses Ding jetzt ist er da wieder hä äh ich versuche halt dem Kompass zu folgen aber irgendwie führt er mich im Kreis als wenn er über mir ist was gar keinen Sinn ergibt ach dann nicht dann suchen wir ein paar andere Leute ähm also mit der Gassenbeck Sweeper kann man schon ordentlich zuschlagen so warte mal mhm die ist gar nicht mal so schlecht finde ich mhm okay suchen wir mal ein bisschen nach Kisten hier hin wir dürfen das Ziel nicht außer Augen lassen ähm ist zwar riskant aber naja und ich sehe gerade wir haben auch noch Geld bekommen dafür dass wir den getötet haben ich denke das ist nur Schaden aber naja so haben wir irgendwo noch mhm da hat einer in Capsco was geschrieben na sowas aber mhm so will der Kompass mir jetzt mal deutliche Infos geben oder also jetzt will er mich wohl mal in eine Richtung zeigen werden wir uns hier mal vorknippen oder aber das ist bestimmt so ein der will uns wieder hier hin zeigen hier ist der nicht warte mal nochmal ah ne der ist raus ah es gibt keine kriminellen mehr gerade ne sowas aber auch ähm gut dann gucken wir mal ein bisschen weiter also ich weiß ich glaube langsam mache ich einen Dreh raus wenn wir so erfolgreich immer sind dann in Ordnung ich habe übrigens immer noch Job Mode also ich bin mit mir selber begeistert gerade ähm ja ist so ich bin sehr sehr begeistert ist hier irgendwo einer mhm da hätten haben wir die US Army da könnten wir uns theoretisch auch ein Haus kaufen aber das will ich nicht ich möchte eins in der Stadt haben Arakow hat sich da schon eins gekauft jetzt weiß ich weiß schon wie die aussehen ich möchte lieber mal eins in der Stadt haben finde ich besser von daher würde ich mal so sagen dass wir mal machen ja so wo haben wir denn hier noch einen ich glaube wir können einfach mal ein bisschen rum Kisten sehe ich hier auch gerade recht weniger schade schade aber was sollt also hier wären beispielsweise eine Wohnung viel kostet die hier 100.000, könnten wir uns sogar holen, aber 4 Chests, ich möchte lieber 6 Chests in der Stadt haben. Oh, da ist einer, da ist einer. So. Los, greif mich an. Hm. Ah, ne. Okay. Ich glaube, ich hätte den nicht angreifen können, weil Cop-Mode oder so. Auf einmal, wieso habe ich das eigentlich jetzt nicht probiert? Ich Idiot. Egal. Aber letztes Mal hat das ja nicht funktioniert, im Cop-Mode jemanden anzugreifen, der ja nicht selber angegriffen hat und ich bugge gerade ein bisschen. Habe ich das Gefühl, habe ich da einen scheiß Ping? Alter. Ah, das liegt dann aber gerade am Server. Also, die haben nicht gerade alle einen scheiß Ping. Äh, Leck. Irgendwie, weiß ich nicht. Big Leck. Alter, WTF. Ähm. Da werden wir holen, danke. Alter, hier, was ist denn? Guck mal, PDV. Noch was in der Kiste? Alles. Ungenauter sein. Schatten kann. Oh Gott, ich kann nicht mal was aus den Kisten nehmen. Alles klar. Ähm. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist. Ich kann auf alle Fälle gerade nichts aus den Kisten nehmen. lol. Gtm überlastet oder was ist los? Dann lass mal die Kiste, mein Frieden. Also, es geht gerade nicht. Amita Knight hat gerade guten Ping. Aber die haben gerade alle. Es kann, es liegt nicht an mir gerade, dass, äh, der scheiß Ping ist. Hä? Ich kann nicht mal bannern gerade. Hä? PDF? Hallo? No one place here anymore. Muss man ja ein bisschen bewegen. Ja, aber irgendwie... Ich glaube, Gtm ist gerade ein bisschen überlastet. Gtf. Alles klar. Da hat einer wieder einen Stern. Aber ich werde den mir nicht, äh, holen können. Glaube ich. Reicher kann nicht mal in die Sachen hier zugreifen. Äh. Was? Und die Grüne ist raus. Hm. Keine Ahnung. Äh. Ich laufe hier gerade einfach mal nur so ein bisschen rum. In Hoffnung, dass das vielleicht bis folgend Ende sich noch wieder, ähm, legt. Und wo gab's Schaden? Irgendwas habe ich gerade Damage bekommen, aber ich weiß nicht. jetzt geht's Gttings Mutter. Alter. Gtm überlastet, Wtf. Ja, so langsam, aber sicher kriegen sie wohl wieder. Also selbst wenn ich hier einen sehe, ich wäre jetzt nicht, wäre jetzt, also ich bin jetzt nicht so Asienkreis, also ich mach jetzt nicht meinen Leck. Hatte ich ein Strich nur? Aber es haben so ziemlich alle, es liegt nicht an mir. Keine Ahnung. Ich laufe gerade nur ein bisschen rum. Hm. Okay, was haben wir hier eigentlich für ein Haus? 50 Permits ist besetzt sogar. Dann behalte ich mich da lieber von Femme, bevor der Engel rauskommt. Ist alles schon passiert. Also ein paar haben halt dann doch trotzdem guten Ping. Aber bei mir hat sich gerade wieder ein bisschen gebessert. Also es wird besser. Kann ich jetzt auch mal langsam wieder auf Zeug hier zugreifen, so weitestgehend? Wanted Criminal, keiner da da da. Leider. Kann ich jetzt auch mal wieder... Oh Block, von dem halte ich mich fern. Ich hasse Blöcke. Es wird wieder besser. So langsam kriegt sich der Server wieder ein. Ja, es wird besser wieder. Drei Striche sind schon wieder. So, dann holen wir mal von da hinten die Kiste, die eine noch. Ohne Loot. Krate wurde aber erst gelootet. Ich habe ihn dann aber nicht gesehen. Okay. Kann ich nicht angreifen, also... Ich habe nur gewartet, bis der mir Schaden macht. Dass ich den ein bisschen zusammenhauen kann. Also man kann im Cop-Mod echt nicht machen hier. Also, ich kann nicht öffnen. Fight-Modus. Oh Scheiße, da haue ich mir jetzt mal ab. Ich habe ab, ich habe ab, ich habe ab. Wow, 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 wow. Geil. Egal, ist nicht so schlimm. Ich überlebe es. Ich überlebe es. Kein Ding. ich war doch eigentlich wieder recht erfolgreich ich bin damit zufrieden also ja kommt mit dem sind wir ja jetzt los ich kann auch ein paar kits einstecken kriminell gangster kann ja auch noch mal holen dann noch mal ein bisschen was verkaufen gucken dass wir hier gar nicht behalten man haben wir haben kein gas maxi war schade 4700 okay aber das noch dann gehen wir noch mal ganz kurz dahin gehen wir so weit schild ab also sammeln meinetwegen ganz ändert sich damit voll ja so langsam hatte ich das aber wieder eingekriegt aber unsere folge neigt sich jetzt so langsamer sicher dem ende also gut sind noch keine 20 minuten aber was soll ich jetzt machen das maxi war kaufen lohnt sich nicht kriegen wir nächstes mal eher eine neue ja ich kann ja mal noch ein bisschen was zeigen hier keine ahnung was mir gerade so einfällt wenn wir hier die station wenn leute eingebuchtet werden sind hier drin arako ist doch schon mal passiert ja warte mal use standard to arrest criminals also doch mit das dann siehst du okay merke ich mir also man muss sie mit das ganz dann aber man muss die wahrscheinlich erst schwächen weil die macht kaum der mensch das ist wohl nicht so ganz einfach aber kimmeln langsam habe ich ein gefühl dafür also naja gut dann wird die folge jetzt hier so langsam muss ich mal wenden dollar ja gut okay übernächst mal vielleicht unsere wohnung ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüssi